Ja, Liverpool dann am kommenden Samstag in der Premier League bei Crystal Palace mit der Chance, etwas wieder gut zu machen für die Fans. Aber heute geht es natürlich erstmal weiter mit Champions League, unter anderem mit RB Leipzig gegen Manchester City. Und die Fans von Manchester City, die haben sich schon mal warm gesungen in der Premier League. Die Gegner waren die Fans von Nottingham Forest und die hatten in diesem Schlagabtausch auch das letzte Wort. Champions League